Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Video-Kanal Learning by Watching. Und ja, heute geht es mal um Cäsar und wir gucken uns heute mal so ein bisschen die Biografie von ihm an, gucken so, was er so in seiner Karriere als Politiker und als Schriftsteller so geleistet hat und außerdem gucken wir uns so ein bisschen die Grundfakten, zum Beispiel um seinen Tod an. Und dann würde ich sagen, falls euch das Thema interessiert, könnt ihr gerne bis zum Ende dranbleiben und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. So kommen wir jetzt erst zu den Grundfakten. Hier haben wir schon mal ein Bild von Cäsar, also man weiß nicht ungefähr, wie er ausgesehen hat, aber ja, so halbwegs, es gibt so ein paar Indizpunkte sozusagen, wie er ausgesehen hat und das ist wohl eins der Bilder, die dem am nächsten kommt. Und ja, geboren wurde Cäsar 100 v. Chr. in Rom und gestorben ist er 44 v. Chr. in Rom. Außerdem war Cäsar römischer Staatsmann, Feldherr und Autor. Viele Leute denken, dass er ja einfach nur im Prinzip ein Politiker war, beziehungsweise ein Staatsmann. Jedoch war Cäsar auch ein Autor und natürlich auch ein Feldherr. Cäsar entstand einer adeligen Familie, das ist wohl auch einer der Gründe, weshalb Cäsar so einen Aufstieg hingelegt hat. Jedoch muss man ehrlich sagen, dass Cäsars Familie nicht unbedingt zu den wirklich Wohlhabenden gehört hat. Sie waren zwar eine adelige Familie, jedoch haben sie im Vergleich zu den anderen adeligen Familien in Rom nicht unbedingt so viel Geld gehabt. Außerdem hatte Cäsar keinen leiblichen Sohn, was oftmals geglaubt wird. Er hatte eigentlich nur einen Ziehsohn, das heißt, er hatte keine so wirklichen Nachkommen, sondern halt nur einen Sohn, den er aufgenommen hat und sozusagen großgezogen hat. Jetzt kommen wir zu seiner politischen Karriere. Hier sehen wir auch mal noch ein Bild von ihm. Und ja, 68 v. Chr. wurde sozusagen seine Karriere als Politiker sozusagen eröffnet oder fing sie an. Da wurde er nämlich Questor und war für die Finanzen in Rom verantwortlich. 65 v. Chr. wurde er Deal und war verantwortlich für Markt, Straßen und Bauaufsicht. 63 v. Chr. wurde er Pontifex Maximus, das ist sowas wie ein Oberpriester, also schon ein relativ hohes Amt. Und 62 v. Chr. wurde er zum Präter gewählt. Jedoch wurde er durch einen Skandal nach Südspanien halt versetzt und übte dort das Amt des Stadthalters aus. Also dieser Skandal hatte mit seiner Frau damals zu tun, denn da wurden halt sozusagen Gerüchte über ihn erzählt, die nicht bewiesen wurden, aber halt trotzdem ihn sozusagen in einen Skandal versetzt haben. Und genau deswegen wurde er halt aus Rom sozusagen erstmal ja versetzt und nach Südspanien dort halt als Stadthalter eingesetzt. In Südspanien hat er dann ja sozusagen versucht, da sein Amt gut auszuüben. Jedoch hat er Südspanien auch ziemlich ausgebeutet und hat somit versucht, sich sozusagen zu bereichern. Jedoch hat halt Cäsar noch Schulden gehabt und die hat er dann durch die Ausbeutung von Südspanien sozusagen beglichen. Und 58 v. Chr. wurde Cäsar Prokonsul, das ist somit das höchste Amt, was es überhaupt gibt in Rom. Und da war sozusagen so sein Höhepunkt der politischen Karriere. So, jetzt kommen wir zum Schriftsteller Cäsar. Hier sehen wir auch nochmal das Buch von Cäsar, sozusagen der Gallische Krieg. Und ja, er hat hauptsächlich Texte über andere Völker geschrieben, in denen er halt meistens von Kriegen berichtet hat. Wie er zum Beispiel vorgegangen ist, taktisch und natürlich auch zu Kulturaspekte von den Völkern. Zum Beispiel in Commentari di Bello Gallico, das ist im Prinzip das Buch der Gallische Krieg. Da geht es halt vor allen Dingen ja sozusagen um die Gallia und den Eauberungszug von Rom. Dort beschreibt er halt zum Beispiel, dass die Gallia eher so barbarisch auf ihn wirken. Aber wenn ich da noch zu nochmal ein genaues Video machen soll zum Gallischen Krieg, könnt ihr erstmal gerne die Kommentare schreiben. Und ja, Cäsar hat auch den berühmten Satz gesagt, Veni, Vidi, Viki. Ich kam, ich sah, ich siegte. Ich denke, das sollte eigentlich fast jeder von euch kennen, auch derjenige, der kein Latein hat. Und jetzt kommen wir zur Ermordung von Cäsar. Hier sehen wir auch nochmal ein Bild, das es so ein bisschen dargestellt hat. Und hier kann man eigentlich auch schon, ja sozusagen erahnen, wer die Leute sind. Das ist nämlich eine Gruppe von Senatoren, die ihn umgebracht haben. Das war am 15. März, 44 vor Christus. Und Legenden zufolge hat die Frau von Cäsar in einem Albtraum den Mord vorhergesagt und Cäsar daraufhin gewarnt. Jedoch hat Cäsar halt seiner Frau nicht so wirklich geglaubt. Und hat dann halt trotzdem so sein ganz normales Leben weitergeführt und wurde dann halt hinterrücks von den Senatoren getötet. Und ja, die Senatoren ermordeten Cäsar, um zu große Macht von Cäsar zu verhindern. In Rom war es vor allen Dingen immer so, dass den Römern halt viel an ihrer Freiheit gelegen hat. Vor allen Dingen gab es halt in der ganz frühen Zeit von Rom viele Leute, die halt die Bürger sozusagen unterdrückt haben. Und genau das wollten sie halt verhindern, dass eine Person zu viel Macht bekommt. Das haben sie halt meist damit verhindert, dass sie halt zum Beispiel zwei Personen in einem Amt haben, was dann halt nur drei Jahre zum Beispiel vergeben wurde oder vier Jahre. Jedoch hatte man das Gefühl, dass Cäsar halt da so ein bisschen gegenwirkt. Und genau deswegen hat man ihn halt umgebracht. So, danke für deine Aufmerksamkeit bei Fragen, mach gerne die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.